Herzlich Willkommen bei Hippel Elektro-Wärmetechnik, Ihrem Partner für Elektroinstallation und Elektroheizungen. Ob Innen- oder Außenbereich, wir bieten effiziente Elektroheizungen jeder Art für den privaten und industriellen Einsatz. Freiflächenheizungen halten Gehwege von Schnee und Eis frei. Mit einer Dachrinnenheizung verhindern sie gefährliche Eiszapfenbildung. Gern fertigen wir spezielle Elektroheizungen für gesonderte oder schwierige Bereiche an. Sprechen Sie uns an, wir finden eine Lösung. Überzeugen Sie sich von unseren Leistungen. Besuchen Sie uns im Internet oder rufen Sie uns an.